Was soll die Landwirtschaft nachhaltig sein und die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten? Unsere Landwirtschaft soll gemäss der Verfassung nachhaltig sein und die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten. Wir investieren dazu 3,5 Milliarden Franken Steuergelder jedes Jahr. Falsche Anreize durch Direktzahlung führen heute dazu, dass wir einen viel zu hohen Nutzniepbestand haben. Diese können wir nur ernähren, wenn wir jährlich mehr als eine Million Tonnen Kraftfutter aus dem Ausland importieren. Diese Nährstoffimporte führen dazu zu Schäden an der Biodiversität und unserer Gesundheit. Wir unterstützen mit diesen Milliarden auch eine Produktionsweise, die auf einen extrem hohen Einsatz von Pestiziden angewiesen ist. Das ist richtig! Das ist wichtig! Das ist ja jetzt!